herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe der klemm baustein lyrik und wie man hier schon an diesem finde ich etwas steril wirkenden bild von der verpackung des neuen space shuttle modells von lego erkennen kann gibt es ein neues space shuttle modell von lego in der 18 plus serie und es ist die discovery nachdem ja schon ein bisschen gemutmaßt wurde was käme da und es gab ja auch stimmen es könnte vielleicht die columbia sein dafür gab es nämlich auch gründe weil wir nämlich eigentlich gerade jubiläum feiern es war 1981 also sprich genau vor 40 jahren als die columbia als erste space shuttle den weltraum erreichte leider hat er die columbia dann auch ein unfall bei einer rückkehr wo es dann dazu führte dass sämtliche crewmitglieder verstarben vielleicht war das auch der grund weshalb man sich dann jetzt nicht für die columbia entschieden hat sondern für die discovery für die jüngeren zuschauer vielleicht kurz erwähnt das ist nicht dass das track discovery universum in dem wir uns hier befinden da sind wir noch ein paar jahrzehnte davor sondern ja es ist eben das space shuttle discovery hier auch entsprechend zu erkennen an einem dicken aufkleber so würde ich das hier mal ganz eindeutig identifizieren bei den fenstern hier oben bin ich mir zum beispiel nicht sicher ob die nicht vielleicht doch entsprechend also diese gucklöcher nach oben mit diesen kleinen roten pfeilen ob das nicht vielleicht bedruckt ist bei anderen sachen auch da gehen wir gleich mal noch ein bisschen darauf ein vielleicht erst mal die rahmendaten und was ist vielleicht auch das interessante an der discovery nämlich insbesondere und das sehen wir hier oben schon sie war dafür verantwortlich dass das happel space teleskop in den weltraum gekommen ist und das ist genau dies teil hier und das wird nämlich mitgeliefert das kann man hier in der ladebucht dann verstauen und kann man auch schön sich dann so hin drapieren dass es einigermaßen nett auch aussieht vielleicht erst mal die rahmendaten wie gesagt das ganze gefährt hier wir gehen mal eine seite weiter ist was wir hier sehen da steht 54 cm lego selber sagt 55,46 mögen sich die gelehrten streiten wenn es da ist kann ich es ja mal ausmessen höhe 21,78 und breite 34 cm kurz gesagt ist ein tick kürzer als das badmobil was ich ja gerade hier vorgestellt habe es besteht aus 2354 teilen und wird in deutschland 179 99 kosten am ersten april da muss man ja mal dazu sagen kein scherz wird es dann erhältlich sein kann also gut sein dass ich in der nacht vom 31 auf den ersten mal wieder eine live sendung mache also ich bin space fan wenn man so will und werde mir das gute teil definitiv holen abgesehen davon dass mich das space shuttle auch schon so ein bisschen mit der klemmbaustein lyrik begleitet weil das erste richtig große modell was ich hier vorgestellt habe das video gibt es auch noch war nämlich das hier das nennt sich dann zwar nicht space shuttle sondern space adventure aber ist das space shuttle mit entsprechender rakete das haben wir jetzt wenn wir nochmal zurückgehen nicht mehr wir haben also wirklich nur das shuttle und nicht mehr die träger raketen die waren noch bei dem modell dabei das fand ich damals ein wahnsinn 2010 war es erschienen das große 1204 teile das heißt also gerade mal so ungefähr die hälfte anteilen was jetzt in dem neuen ist aber das fand ich schon so riesig und so beeindruckend ist es ja aber dass die zeiten haben sich geändert ich muss jetzt da muss jetzt mehr komme mich da der art zu beeindrucken damals kostete das übrigens 100 euro nun mal noch mal als hinweis ja fand es trotzdem sehr cool ich mag space shuttle wir gehen mal so ein bisschen in die details hier sehen wir also wie es da aufgebaut steht und da wir ja zwei dinge haben die präsentiert werden aber auch zwei schilder das heißt einmal für das space shuttle selber und einmal für das teleskop und wie wir hier aussehen das können wir eben hier an dem arm dann hinein hängen da hängt aber leider nicht so dass es steht das heißt da ist noch so ein ständer hier leider in knaggeligem schwarz hat man würde sich freuen dass hier dann darunter ist und dadurch ein bisschen von der illusion nimmt es würde dort hängen oder schweben ja so ist es dann nicht wir sehen ansonsten also bisher sehe ich noch keinen blauen pin mal schauen was wir noch so hier entdecken es ist ja gerade auch um dann beim wiedereintritt entsprechend geschützt zu sein auch viel schwarz diese platten ja wir sehen hier ja wir sehen gleich auch noch mal bilder mit menschen ein ein mensch vor allem nämlich katherine die sullivan werden wir gleich noch sehen die durfte nämlich dieses modell schon mal in den händen halten die war damals mit auf der mission die hoch ging zu dem ins weltall mit dem hubble teleskop und das ist dann ist sie nicht das ist der designer million match oder matke geschrieben der das ding entworfen hat und sagt er selber auch fan von diesen ganzen sachen und sagte insbesondere was wohl sehr herausfordernd war beim bauen einigermaßen das was da an technik hinter ist also insbesondere die räder die ein und ausklappbar wohl sind und auch so dass es stabil ist trotz dessen da reinzubauen obwohl eben auch dieser große laderaum da ist und auch das cockpit werden wir sehen ja ein bisschen platz hat das war wohl nach seiner aussage sehr herausfordernd weil da wenig platz war dass die stabilität plus die räder da irgendwie untergebracht werden könnten so jetzt sehen wir noch mal von oben den blick ich finde eine nicht sehr vorteilhafte perspektive da sie wirkt eher klein von vorne wird es jetzt nicht schöner das hat er so vogelmäßiges guter haben wir schon mal das hubble teleskop noch mal das wie wir hier sehen übrigens das hier das sind so plastik ja so segel fast nicht also das ist so so dünnes plastik was hier da drauf ist so plättchen hätte gesagt plättchen ja nicht also ja also was dünnes wir sehen hier auch da noch mal zurück hier dieses zu klappen das hat das ding auch wirklich also dass tatsächlich so eine röhre raus also das haben sie glaube ich ganz gut soweit ich aus bildern mich erinnere ganz nett wieder hingekriegt hier sehen wir jetzt das shuttle selber mit den ausgefahrenen rädern und das war schon also ich fand das schon damals beeindruckend dass so ein pferd nicht nur ins weltraum flog sondern hier auch wirklich wieder landete und dann ja wie ein flugzeug da war das war also ich fand das finde das bis heute noch cool hier hinten sehen wir das ist allerdings fast schon erwartbar gewesen weil sie das öfter genommen haben diese tröge hier diese waschzuber die hier als als hintere düsen fungieren gucken wir mal hier denn wie sieht es denn hier aus mit aufklebern kann man das irgendwie erkennen ja vielleicht weiß nicht hat da die nase ist auf jeden fall geklebt dass mit dem hier unten das könnte wieder gedruckt sein kann mir auch keiner so richtig erklären was jetzt was und warum das hier sieht so aus als wenn da einer nicht so richtig zusammengedrückt hätte aber ich glaube das soll so da ist irgendwie was dass das irgendwie so offen sein soll dann gucken wir mal von der seite ja noch mal alles was dazu gehört aber das interessant ist eigentlich noch mal das innere zu sehen während wir hier noch mal sehen wie es bitte schön hingestellt werden soll auf den tisch und dann da nicht mehr arbeiten home office ist over bitte das space shuttle dort landen lassen und was ist hier das ist da da haben sie noch so papier oder sowas wer weiß vielleicht hat er sich erst noch eine skizze davon gemalt der oder die war es in diesem fall wohl da wird wieder maß genommen wir sehen hier wir können hinten also die verschiedenen höhen und seitenruder wohl bewegen das werden wir gleich noch mal kennen allerdings nicht von ferne da wird bewegt da wird geguckt und hier wird verträumt in die ladebucht geschaut da ist sie nämlich man kann beides aufklappen da glaube wir sehen das gleich noch ein bisschen besser weil da ist ein bisschen interieur auch so wie es auch wirklich war mit der kamera und so eine kleine satellitenschüssel die da drin waren und die haben sie hier auch wieder reingebaut also details wenn man das richtig erkennt durchaus einiges da hier sehen wir jetzt erstmals aufklappen genau da sehen wir es klappt auf klappt zu klappt auf klappt zu wir gehen mal rein und das ist eine schöne große ladebucht ja da haben wir schon andere sachen erlebt wo die zwar angeblich shuttles sind zum transport in der star wars welt aber quasi nichts an platz hatten hier ist platz und da sehen wir auch hier diesen arm an der linken seite der so rausgeklappt werden kann damit dann die ladung auch ausgesetzt werden kann und hier sehen wir schon dass da so ein bisschen was an lampen und so die natürlich nicht leuchten dabei sind die man sich dann da angucken kann so wir schauen mal weiter da also da sagen wir das hubble teleskop wie es da drin ist passt haben wir glück gehabt also hat auch die shuttle besatzung glück gehabt dass es da reinpasst wäre ja blöd wenn sich gepasst hätte hier sehen wir das cockpit das glaube ich diese teile sind wirklich neu also diesen blau die hier die sitze darstellen die finde ich witzig die sehen auf jeden fall cool aus man sieht auch da ist nicht viel platz und wir können diesen oberen teil des cockpits rausnehmen und dann haben wir hier noch einen unteren teil also davon gehe ich mal von aus dass es auch tatsächlich so sein war dass man da so zwei ebenen hatte viel mehr platz war aber auch nicht da muss man ja dann irgendwie leben schlafen essen wenn man da ein bisschen naja je nachdem wie lange man dann unterwegs war ja also das komfort war das nicht das kann man glaube ich so sagen hier sehen wir die räder wie sie da unten schon mal rausgeklappt sind das hubble teleskop wie es da steht mit seinem schwarzen ständer der da ist oder werden die letzten teile noch mal gesetzt aber bei dem genau da wollte ich noch mal zeigen davon sehen wir auch wie das rad da tatsächlich also nicht nur angeklickt wird sondern einem anscheinend nach rein und raus gefahren werden kann ja also das sind riesige funktion aber ich sage ja zumindest in der beschreibung stand dass das schon durchaus herausfordernd war dass in diesen engen raum da unten noch irgendwie rein zu kriegen und es muss dann ja auch noch baubar sein also mal schauen wie fummelig das nachher wird da sehen wir es auch da nur da unten ist es jetzt so reingekippt und hier sehen wir den stand und immer noch doch da sehen wir blaue pins siehste ist doch immer schöne grüße an kevin was wir hier in diesem kleinen video geringes noch sehen ist dass es doch tatsächlich zwei funktionen nett da drin verborgen gibt zum einen dass wenn wir hinten an den düsen drehen tatsächlich sich auch diese höhenruder bewegen und zum anderen dass die räder eben nicht nur einfach per handbetrieb runter geklappt werden sondern durch einen mechanismus von hinten dann unten raus kippen das finde ich beeindruckend tatsächlich für den platz der unten allem anscheinend nach gerade mal noch vorhanden war leider sieht man sich von unten ob man denn unten wirklich dann diesen schwarzton auch gut getroffen hat der dann diese schütze schild ja auch darstellen soll aber das sah man jetzt leider so nicht nee es wird immer nur von vorn und hinten und das ja das ist jetzt die frau dr kathleen sullivan also die tatsächlich oben war als das habbel hochgeschickt wurde und da sehen wir auch wie groß das doch ist also irgendwo müssen ja die zweieinhalb oder 2000 knapp 2400 teile auch bleiben und hier sind sie also ja natürlich auch relativ viele kleine teile würde ich mal sagen und hier haben wir zu wissen da sehen wir die spiegelung immerhin sieht tatsächlich schön glatt schwarz aus da scheint also tatsächlich dieser hitze schild zu sein aber warum haben sie den nicht gezeigt so was finde ich cool zu zeigen ja gut und guck mal sie freut sich das ist doch auch schön so sei es sein der herr hier den habe ich dann aber auch googeln müssen der ist auch wissenschaftler das ist frederick berkeley ja sollte man noch mal erwähnt haben genau sie dürfen beide noch mal halten und dann gucken wir uns noch ein paar letzte bilder an es soll angeblich und das ist sagen wir mal so ein bisschen missverständlich vielleicht hat sich geklärt bis zu dem moment wo dann schreibe ich es gleich nochmal in die beschreibung des videos wo das hier erscheint die lego redet nämlich von zwei besonderen vip sachen die man für im vip bereich für die punkte holen kann sich zum erwerb also sozusagen nicht dazu was natürlich nicht an den kauf wahrscheinlich gekoppelt ist aber sie beschreiben nur eins nämlich olysses space probe das ist wenn ich das richtig verstehe wohl olysses das ist eine ein satellit der losgeschickt wurde zur sonne und ich vermute mal dass dieses ding man sich für 1800 vip punkte holen kann und es wäre ja nicht lego wenn es nicht dann aus lego bestehen würde also ein kleines set oder so interessante neue idee dass man es nicht als gift purchase dazu gibt sondern seine punkte dafür hingeben muss ja umsonst wäre natürlich besser gewesen mal gucken was ich davon halte vielleicht ist es dadurch nicht ganz so hauen und stechen in den ersten momenten drumherum aber werden wir sehen und angeblich kommt noch was zweites und das haben sie irgendwie noch verheimlicht hier sehen wir noch mal den innenraum jetzt auch ein bisschen schöner hier mit den lampen und auch hier da noch so eine schüssel und so ja also ich glaube das haben sie ganz gut soweit ich es beurteilen kann von ferne getroffen ja da sehen wir es auch noch mal also cooles cooles teil wie ich finde wenn man den space shuttle mag jetzt sehen wir noch mal von hinten das bild da fehlt jetzt vielleicht noch der fallschirm den man sonst im fernsehen immer gesehen hat problem an der ganzen geschichte natürlich ist das space shuttle jetzt wirklich noch so hip eigentlich sprechen jetzt ja alle irgendwie von space x und von den sachen dort also das ist ja eher retro das war natürlich 2011 da wurde das programm dann beendet noch so ziemlich virulent und jetzt ist es irgendwie interessant ich finde es trotzdem noch cool aber hatten wir es noch schon öfter und irgendwie habe ich mir dann glaube ich von space x auch was gewünscht aber ja das vielleicht bin ich da auch sonderbar hier sehen wir noch mal diese anzeigen die da drin sind mit dem cockpit das rausgenommen wurde oder was haltet ihr davon also da sind wir das rausgenommene cockpit ist es das habe ich mir glaube ich als großes großes eigenes modell noch mal gewünscht aber gut man ist ja nicht ist ja nicht wünscht ihr was heute da sehen wir jetzt noch mal die trüge wie sie da hinten sind und schön schwarz hier natürlich also farbweißig haben sie es schön hingekriegt weiß schwarz dieses genau so wie man wie es mir eigentlich auch bei dem space shuttle vorstelle jo gut da sehen wir sie noch mal die astronautin und damit sind wir auch durch das war's was haltet ihr davon ist es für euch ein no brainer was den kauf angeht ein no brainer was den nicht kauf angeht oder es ist einfach völlig egal das geht auch dann bin ich gespannt wir sehen und hören uns dann bis bald und ja möge die macht ach nee das war anders was sagt man live live proper keine ahnung das ist ja and beyond tschüss und 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 Untertitelung des ZDF, 2020